Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Sorgeberechtigte. Mein Name ist Maik Schulte und ich bin Schulleiter der Strunsee-Gemeinschaftsschule Saartrop. Aufgrund der aktuellen Situation im Kreis, rasant steigende Infektionszahlen, haben wir uns auch in diesem Jahr entschlossen, unseren Informationsnachmittag für den neuen fünften Jahrgang nicht in der Schule stattfinden zu lassen. Darüber sind wir sehr traurig, aber die Gesundheit aller steht für uns im Vordergrund. Wir haben für euch und für sie aber die Antworten der häufig gestellten Fragen zu unserer Schule auf unserer Homepage zusammengefasst. Es gibt auch eine Broschüre, das sind wir. Diese Broschüre bekommen die Schülerinnen und Schüler des Schulverbandes Mittelangeln mit dem Halbjahreszeugnis über die Grundschulen ausgeteilt. Alle anderen können die Schulbroschüre digital lesen oder auch bei uns bestellen. Wir bieten darüber hinaus Beratungstermine an. Diese können telefonisch oder in Präsenz stattfinden. Zusätzlich bieten wir kleine Schulführungen an. Kleine Schulführungen, weil nur zwei Haushalte zugelassen sind, a drei Personen. Wir zeigen Ihnen und euch dann unsere Schule, sprechen über unser pädagogisches Konzept und über unsere Besonderheiten und können in diesem Zusammenhang sicherlich die eine oder andere Frage beantworten. Die Schulführungen können Sie digital auf unserer Homepage buchen. Ich wünsche euch und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald sehen. Und bis dahin, bleibt und bleiben Sie gesund. Es grüßt ganz herzlich Mike Schulte, Schulleiter der Strunsee Gemeinschaftsschule. Und das ist noch ein Jahr. Vielen Dank.